1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 5678 111 Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 5678 111 1Live Ja Freunde, schön dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Thema heute Nacht bei uns, geheime Vergangenheit. Ich möchte gerne mit euch über eure Geheimnisse aus eurer Vergangenheit sprechen. Gibt es große Geheimnisse, kleine Geheimnisse, Geheimnisse, die euch vielleicht bedrücken, die ihr seit vielen Jahren mit euch herumtragt, die ihr noch niemandem erzählt habt oder vielleicht ganz wenigen nur und dass dennoch Geheimnisse geblieben sind. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, über eure geheime Vergangenheit, über Geheimnisse aus eurer Vergangenheit, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Der erste Anrufer heute Nacht ist Marc. Guten Morgen. Ja, guten Morgen Jürgen. Du bist 52 Jahre alt. 52, 32. 32, oh. Machen wir nicht älter als wenn. Nee, entschuldige. Ja, ist kein Thema. Das ist ein Druckfehler hier. Na, um Gottes Willen. Es ist nur menschlich. Ich dachte auch schon, Moment, er klingt aber noch jung für 52. Ja, ich meine, wenn ich schon so einen alten Tatterkreis bin und mich noch so jung gehalten habe, dann rufe ich dich nochmal an. Grund, warum ich anrufe. Folgendes, pass auf. Ähm, ich habe eine aktuelle Freundin, die habe ich seit, äh, Moment, äh, 4.4. offiziell. 4.4.2002. Ja, korrekt. Ja. 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 Und, ähm, inoffiziell seit 29.03., seit dem Karfreitag, ja. Und das Wochenende davor, äh, war ich noch mit meiner Ex-Freundin auf dem Weg zu ihr nach Hause. Und, und darum geht's, ja. Ja. Also, ähm, meine Ex-, also ich führe praktisch, ähm, oder führte praktisch zwei Beziehungen. Jetzt, damit wir alles nicht, alles ganz kompliziert nachrechnen müssen, wie lange führtest du eine Doppelbeziehung? Ja, ähm, eigentlich bis... Ja, so ungefähr. Ich kann es ja schlecht eruieren, auf jeden Fall, ähm... So eine Woche, zwei Wochen... Ja, äh, ich sag mal, drei, vier Monate. Drei, vier Monate. Ja. Jetzt verstehe ich zwar die, die Angaben, die Datenangaben am Anfang nicht mehr, aber das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen. Wir vertiefen, dass du drei, vier Monate eine Doppelbeziehung hattest. Du hattest zwei Frauen. Das, das ist also nicht, ähm, auf dem Ingenieursbereich gelaufen von meiner Seite, das sehe ich ja irgendwo ein. Ich, äh, wollte nur meine aktuelle Beziehung damit nicht belasten, weil ich nicht gewusst hätte, ähm, was machst du dann und so. Ja. Bist du denn jetzt mit der, noch mit der alten Beziehung zusammen oder mit der neuen? Ja, ich bin mit der neuen Beziehung zusammen. Mit der neuen. Ja, mit der neuen. Warum, äh, warum hast du dich auf die neue eingelassen, obwohl du eine Freundin hattest damals? Ja, ähm, ja, wie gesagt, sie wohnt in so einem Behindertenwohnheim, also meine Ex, und, ähm, ja, ich sag mal... Ist sie behindert auch? Ja, sie, äh, meine Ex ist, äh, ja, Rolli-mäßig und so, ne? Sie kann sich nur im Elektroauto fortbewegen, ihren Ehestuhl und so, und, ähm, ja, ich meine, vom Kopf her ist das wohl ganz normal und vom körperlichen auch und so, ne? Ja. Nur, ähm, das Problem ist, ich hab mich praktisch, äh, für sie einen Arsch aufgerissen, auf Deutsch gesagt, und ihre Wohnis haben dann auf meinem Handy angerufen, was ich sehr verwunderlich fand, weil die meine Telefonnummer gar nicht hatten. Jetzt machst du aber einen weiten Ausflug. Die Frage war ganz einfach, warum hast du dich auf eine neue Frau eingelassen, obwohl du eine Freundin hattest? Ja, ganz einfach, weil, äh, dazu muss ich weiter ausholen dürfen. Ja, aber das kann man auch kompakt sagen, versuch's mal. Ja, ich versuch das mal. Ähm, wie gesagt, weil ich den Druck von, äh, von ihrem, von meinem, von dem Wohnheim meiner Ex-Freundin nicht mehr ausgehalten habe. Was haben die denn für einen Druck gemacht? Ja, ähm... Und vor allen Dingen, warum? Ja, die haben praktisch, äh, ich, ich hab denen irgendwo die Arbeit abgenommen, indem ich sie auf den Pott gesetzt habe, indem ich sie runtergeholt habe und so weiter, und in eine Badewanne gesetzt und rausgeholt. Und, ähm, ja, dann haben die Wohnis immer gesagt, du schadest damit deinem Rücken. Und, also, die haben praktisch an meine Gesundheit gedacht. Das ist das Erd, die ja natürlich, dass sie an meine Gesundheit denken. Achso, du hast... Aber auch auf der anderen Seite muss ich selber wissen, was ich mir zutrauen kann. Und, ähm, wenn die, wenn die Freundin Vertrauen in mich hat, dann setze ich auch voraus, dass das in Ordnung ist. Also, komische, komische Geschichte. Komische Geschichte, finde ich. Du hast ja eine Freundin, die ist behindert, lebt in einem, äh, Behindertenheim und die Mitbewohner machen Druck und wollen das nicht. Ja, die Mitbewohner nicht, die, die, die Oberwonis, also die Betreuer. Was heißt, was heißt, was heißt, was heißt Wonis? Wonis sind Betreuer, oder was? Ja, Wonis sind Betreuer und wir Wonis sind, äh... Ja, sagen wir es mal klar, sagen wir es mal... Ja, Entschuldigung, Jürgen, das war jetzt keine Absicht. Ja. Wie lange warst du denn mit deiner behinderten Freundin zusammen? Ja, das waren drei Jahre. Drei Jahre. Mhm. Also, es gab irgendeinen dubiosen Druck. Ja, es gab da ständig, hatten die, äh... Hast du denn nicht mit deiner, mit deiner Freundin darüber geredet, dass, dass die, dass die Betreuer da Druck machen, warum auch immer? Ja, das, äh, habe ich ja mehrfach versucht mit ihr anzusprechen. Letztendlich hat sie eine Betreuerin gekriegt, also eine gesetzliche Vertretung. Und, ähm, ja... Eine gesetzliche Vertretung? Wie, warum, warum das? Wie, wie, wie alt? Erstmal, wie alt war sie? Ja, sie ist 22 geworden. Ja, und warum hat sie einen gesetzlichen Vertreter, wenn sie, äh, wenn sie nur im Rollstuhl sitzt? Ja, ähm, aus finanzieller Hinsicht. Mhm. Also, ist schon eine komplizierte Sache bei dir. Jürgen, das ist kompliziert, das weiß ich selber, aber ich will... Wir, wir verstehen das nicht so richtig. Jürgen, ich will dich nicht auf die Rolle schieben oder so, sprich, ich will dich nicht verarschen. Nö, das ist mir schon klar. Also, ich merke nur, dass es ein komplizierter Fall ist, den man vielleicht auch nicht so in ein paar Minuten erzählen kann. Ähm, also, die Sendung heißt hier nun Geheime Vergangenheit. Ja, wie gesagt... Geheim war, lass mich mal zusammenfassen, Geheim war, also, dass du über mehrere Monate eine Doppelbeziehung geführt hast. Ja, wie gesagt, und, äh, diese Doppelbeziehung, ja, wie gesagt, die verfolgt mich ab und zu jetzt auch noch, indem ich dann halt, äh, Anrufe oder Mails meiner Ex kriege, Ja. So, dass sie sich praktisch selber einlädt und, und dann, äh, ja, oder halt hier vorbeikommt, wenn ich dann... Ja, ist denn, lass mich das auch noch fragen, ist denn die geheime, geheime Vergangenheit, heißt das denn, dass sie das nie mitbekommen hat, deine, deine Ex-Freundin, dass da noch eine andere Frau ist, ist das bis heute geheim? Nein, das ist umgekehrt. Meine aktuelle Freundin wusste bis jetzt nicht, dass, oder weiß immer noch nicht, Achso. Dass, ähm, ich halt noch was mit der Ex hatte. Dass, dass du noch was mit der Ex hattest, damals, während dieser Zeit. Ja, klar. Ja, wie wär's denn mal, wenn du's ihr ganz einfach mal sagst? Ja, ich, 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 ich würd's eher sagen. Aber? Ich will auch aus der Nummer raus, weil, äh, die kommt ja per, äh, also meine Ex ruft mich permanent an, hast du dann und dann Zeit. Aber, aber im Moment läuft nichts mehr mit der Ex. Nein, Gott sei Dank. Warum sagst du's nicht deinen aktuellen Freundin? Ja, wie gesagt, ich habe halt, ich habe, ich habe, ich habe halt Angst, sie, sie deswegen zu verlieren. Ach, Quatsch, wenn das jetzt gut läuft, dann kannst du sagen, pass auf, das tut mir irre leid, dass das damals so war, äh, das war aus den und den Gründen, kann man erklären, äh, ist ja vielleicht menschlich allzu menschlich auch, was dahinter steckt, äh, und wenn die dich wirklich sehr lieb hat, und wenn das gut ist zwischen euch jetzt, dann wird die dir das schon verzeihen. Wenn es dir auch so ein, äh, es ist dir auch ein Anliegen, so hab ich's ja verstanden. Ja, auf jeden Fall. Raus damit, raus damit. Ja, ja, ich will auf jeden Fall irgendwie aus der Nummer raus, ne? Na, und da kommt man am besten raus, wenn man den Mund aufmacht. Ja, deswegen hab ich dich ja angerufen, weil ich um Rat fragen wollte. Ja, doch, find ich schon, Marc, sag's ihr. Sag's ihr, es ist ja auch schon eine ganze Weile zurück, und das war so in den Anfängen, und wenn du das einfach alles so schön erklärst, ausführlich, und damit sie das auch versteht, mach's sehr ausführlich, äh, dann ist das, glaub ich, in Ordnung. Okay? Ja, gut, Jürgen. Lieber Marc, 52 Jahre alt. Ja, der rennt da auch. Der rennt da, genau, alles Gute. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute heute heißt, geheime Vergangenheit. Gibt es in eurer Vergangenheit Geheimnisse, große Geheimnisse, die ihr mit euch herumtragt, die euch vielleicht auch sehr bedrücken, die schwer für euch sind, für die Vorkommnisse, für die ihr euch vielleicht auch schämt, Dinge, die ihr nie jemandem erzählt habt, und über die ihr eigentlich gerne mal reden wollt. Dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Dani oder Danny ist bei mir und der oder die ist 17. Ja. Eine die. Eine die. Eine Dani. Dani. Dani, 17 Jahre. Ja. Geheime Vergangenheit, Dani. Ja, geheime Vergangenheit. Ich bin vor etwas mehr als einem Jahr vergewaltigt worden und habe es bis jetzt so gut wie niemandem erzählt, außer zwei sehr, sehr guten Freunden. Mhm. Was ist denn da genau vor einem Jahr passiert? Magst du es mal erzählen? Ja, ich war bei meiner besten Freundin gewesen, wo ich sehr, sehr oft bin. Und ja, ein guter Freund hatte mich dann spät abends noch eingeladen, mit ihm in seinen Geburtstag rein zu feiern und ich hatte mich dann auch auf den Weg gemacht, musste auch durch den Park durch. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt saß ich schon im Rolli. Ich hatte einen schweren Verkehrsunfall. Mhm. Und ja, dann kamen drei Männer von hinten an. Wie spät war es ungefähr? Ungefähr so 22, 23 Uhr. Ja, also dunkel. Sehr dunkel und ich habe auch nur Schatten gesehen und ja, sie haben mich dann aus dem Rollstuhl rausgerissen. Mhm. Und ja. Das war eine Art Parklandschaft? Ja, es war eine Art Park, also es waren nur so ein paar Wege zwischendurch. Mhm. So, ich hätte auch außen rumlaufen können an der Straße, bloß ich wollte halt schnell zu meinem Freund und hatte das eilig, weil ich dachte, vielleicht schaffe ich das noch vor mir danach, dass ich da bin, dass ich rechtzeitig mit ihm reinfeiern kann, anstoßen kann. Aber auch sehr mutig. Aber auch sehr mutig. Und gewagt für so ein Mädel, im Rollstuhl auch dann durch so einen Park im Dunklen zu fahren. Ich fahre also mindestens einmal die Woche durch und es war nie was passiert. Und auch das zu der Uhrzeit. Ja. Dann kamen, hast du Schatten gesehen? Zwei Typen, zwei Männer? Drei. 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 Mhm. Und dann? Und ja, zogen mich dann aus dem Rollstuhl raus und erstmal haben sie mir die Hände festgehalten. Und als die Hände dann außer Gefecht waren, konnte ich mich dann gar nicht mehr wehren, weil ich bin ab fünf in Lendenwirbel querschnittsgelähmt. Bitte? Ich bin ab fünf in Lendenwirbel querschnittsgelähmt. Ja, ja. Und konnte mich dann gar nicht mehr wehren, weil sonst habe ich nur meine Hände zur Wehrmöglichkeit. Und ja, dann haben sie halt mir die Klamotten vom Leib gerissen und haben es dann halt gemacht. Und also, ja. Haben es alle drei dann getan? Zwei von den drei. Eine hat dich festgehalten und zwei haben es mal. Hast du die Männer ansehen können? War es hell genug dafür? Nein, ich habe nur Schatten sehen können. Auch während des Vorgangs? Konntest du nicht ins Gesicht gucken? Nein. Es war einfach zu dunkel. Also es war auch nicht, dass so sternklare Nacht oder Mond oder irgendwas wäre. Also es war stockfinster. Also man konnte kaum was sehen. Aber sieht man, ich überlege, wenn man so durch den Park geht im Dunkeln, sieht man doch eigentlich immer irgendwie eine Form eines Gesichtes, kann man wahrnehmen oder so. Aber wahrscheinlich warst du auch so geschockt und hast da gar nicht drauf geachtet. Ja, also ich habe auch nachher, die Polizisten haben es nachher ja auch erfahren durch eine Freundin von mir, die hat dann gemeint, ja Daniel, das kannst du nicht für dich behalten. Lass uns nochmal eins nach dem anderen erzählen. Das ist dann so passiert, wie du es gerade geschildert hast. Haben die dich dann so einfach da auf der Erde liegen lassen? Ja, sie haben mich dann liegen lassen. Nach knapp, ich weiß nicht, mein Zeitgefühl war das schlecht. Also ich würde sagen, knapp eine Stunde vielleicht. War ich dann wieder halbwegs bei mir und habe mich dann mit Hilfe meine Arme zurück in meinen Rollstuhl gezogen. Das ging, das konntest du? Das konnte ich. Ich war also zu dem Zeitpunkt schon so mit den Armen trainiert, dass ich alles, was ich mit den Beinen nicht konnte, mit den Armen ersetzen konnte. Hast du während des Vorgangs, während der Vergewaltigung auch Angst um dein Leben gehabt? Haben die dich bedroht oder haben die dich gewirkt? Ich habe ständig Angst um mein Leben gehabt, weil ja, es ist einfach hier, es passiert auch ständig so viel, auch hier im Umkreis sehr viel. Und man hört es immer wieder und da hatte ich unheimlich viel Angst, weil ich dachte, ja... Haben die etwas gesagt währenddessen? Nee, also ich habe nur ganz leise unter sich getuschelt, aber wirklich mitbekommen habe ich nichts. Jetzt hast du dich wieder mit eigener Kraft in den Rollstuhl reingerobbt und hochgezogen. Was passierte dann? Ja, ich habe dann so gut ich konnte meine Kleidung wieder angezogen, sofern sie noch heil war. Und bin dann nach Hause. Zu einem Freund bin ich nicht mehr hingefahren. Und ja, als ich zu Hause war, bin ich dann nur noch in mein Zimmer und in mein Bett und habe geheult ohne Ende. Und meine Eltern haben davon nichts mitbekommen, weil die haben ihr Zimmer weiter oben. Und dann, ja, habe ich es einfach in mich reingefressen. Ja, aber die Polizei war irgendwie im Spiel, hast du gerade gesagt. Ja, ich habe es nach ungefähr einem halben Jahr, hatte ich es halt meiner Freundin auf Brängen erzählt. Und sie hat es dann der Polizei erzählt und sie sind auch auf mich zugekommen. Ach so. Aber ansonsten, ich habe auch der Polizei gesagt, also sie wollten es meinen Eltern sagen. Und... Also im Moment wissen das, die Polizei weiß das und diese beiden Freundinnen wissen das von mir. Geht die Polizei denn dieser ganzen Sache nach? Sie gehen nach, aber sie können dann nicht viel machen, weil halt es fehlen Gesichtsbeschreibungen oder Stimmbeschreibungen. Also viel können sie dann nicht tun. Und die Polizei wollte das deinen Eltern erzählen und du hast gesagt, du möchtest das nicht? Ich habe gesagt, ich möchte das nicht, weil es ist auch einfach so, ich weiß nicht, wie meine Eltern reagieren. Welche Vermutung hast du denn, wie deine Eltern reagieren könnten eventuell? Also ich kann mir vorstellen, weil, also vor allem mein Vater ist sehr religiös, dass mein Vater total ausflippen würde. Ausflippen in dem Sinne, dass er dir eine Schuld gibt oder dass er... Ja, eine gewisse Mitschuld, denke ich schon und... Was meinst du, inwiefern er das tun könnte? Du bist doch Opfer eines Verbrechens geworden und wo sollte da deine Schuld liegen? Wie könnte die Sichtweise deines Vaters sein, was meinst du? Ja, die Sichtweise meines Vaters ist die, dass er halt der Meinung ist, dass ich sowieso mich viel zu auffällig auch anziehe und so. Und dass ja sowieso dann alle Leute plötzlich auf mich gucken und dass das ja zum Beispiel dann wahrscheinlich auch kein Wunder wäre, wenn mir mal irgendwas passieren würde. Weißt du, Dani, wenn das wirklich dein Vater sagen würde, wenn er es erfährt, wäre das ein sehr trauriger, ein ausgesprochen traurige und schlimme Sache. Vor allen Dingen, wenn er ein religiöser Mensch ist. Wenn er so reagieren würde. Ja, es ist... Ich weiß es auch nicht. Du hast dann ungefähr ein halbes Jahr, wenn ich das gerade richtig eingeordnet habe, gewartet, bis du es auch überhaupt deiner Freundin erzählt hast. Ja, sie hat also nachher auf starkes Drängen, habe ich ihr es erzählt, weil sie halt gemerkt hat, dass mit mir etwas nicht stimmt. So, nun ist ein Jahr ungefähr vorbei, sagst du, ne? Ungefähr vor einem Jahr war das. Ja. Ich könnte mir vorstellen, ich glaube, niemand kann das wirklich ermessen, der nicht so etwas durchlitten hat, aber ich versuche mich da mal reinzudenken, dass diese Todesangst und diese Erniedrigung und diese Verletzung, die dir zugefügt worden ist, die dir zugefügt worden ist vor einem Jahr, dass du die permanent im Kopf hast. Ja, die ist ständig da. Also teilweise traue ich mich nicht raus. Mhm. Vor allen Dingen abends, wenn es dunkel ist. Nur noch, also mit Freunden zusammen, also immer mindestens zu zweit, zu dritt. Ja. Aber alleine so gut wie gar nicht mehr. Das glaube ich sowieso, dass du große Angst hast, rauszugehen. Aber ich meine auch so für dich alleine, in deinem Inneren, dass du ständig dich damit beschäftigst oder dass die Erinnerungen hochkommen oder dass du vielleicht sogar davon träumst. Das ist, also ständig an der Tagesordnung ist, jetzt seit Ende Oktober habe ich auch einen Freund, okay, er kommt ziemlich gut damit zurecht, er ist der zweite Freund, der davon weiß. Und es ist aber auch extrem schwer und es ist für ihn auch schwer, damit zurecht zu kommen. Also er weiß es auch? Er weiß es auch, weil er hat es natürlich auch gemerkt, weil, ja, wir kamen uns dann näher und dann auf jeden Fall hat er es dann gemerkt, weil ich panisch reagierte. Ich fiel mit mal an zu zittern am ganzen Körper und hatte natürlich auch gemerkt, irgendwas ist mit ihr los. Aber da sind dann doch noch ein paar Leute mehr, als du es anfangs gesagt hast, die darüber... Nee, nur zwei. Nur zwei. Also mein jetziger Freund und meine beste Freundin. Achso, achso. Und der Freund davor, dem hast du das nicht gesagt? Nein. Nein. Dem habe ich gar nichts gesagt. Weißt du, Dani, ich bin ja der festen Überzeugung, wenn einem so etwas widerfahren ist, dass man, äh, dass das Allerbeste, was man tun sollte, ist, dass man sich richtig professionelle Hilfe sucht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt richtig ist, sofort deinen Eltern Bescheid zu sagen. Vor allen Dingen, weil du diese Bedenken hast. Ich kann dein Elternhaus nicht einschätzen. Aber was ich auf jeden Fall weiß, wo was richtig wäre, ist, wenn du zu einem Psychologen gehen würdest oder zu einer Psychologin, der dir dabei hilft, mit diesem Schock, mit diesem schrecklichen Erlebnis umzugehen. Damit fertig zu werden. Das in irgendeiner Weise für dich aufzubereiten, zu verarbeiten. Verstehst du? Ja. Ich würde dir gerne ein bisschen behilflich sein dabei oder wir und ich würde dir gerne gleich meine Psychologin geben. Die Anna ist heute Nacht hier und die könnte dir dann vielleicht auch die ein oder andere Anschriftadresse geben, wohin du dich wenden solltest. Und dann kannst du das, könntest du das in aller Ruhe mit deinem Psychologen auch besprechen, wie du mit deinen Eltern vorgehen sollst. Ich möchte jetzt nicht leichtfertig dich da in ein Outing reintreiben. Vielleicht ist es wirklich nicht so gut. Ja. Ja? Also, du legst mal auf und Anna ruft dich wieder an. Ja, ist okay. Guck mal, ein Schritt nach außen ist ja jetzt auch der Anruf hier gewesen. Das ist ja auch schon mal eine wichtige Sache, glaube ich, für dich. Eine Überwindung hat das gekostet. Ja, es hat eine Zeit lang gedauert. Also, es war schwer, dass ich mir irgendwann muss es so oder so. Genau, ich finde das auch. Das ist jetzt noch alles hier ganz anonym und ich bin ganz weit weg und sehe dich nicht. Aber es ist ein erster kleiner Schritt. Und darauf sollten jetzt noch weitere Schritte folgen, damit du wieder so einigermaßen mit deiner Seele und deinen Gefühlen so wieder ins Gleichgewicht kommst. Und da bist du nämlich draußen aus diesem Gleichgewicht. Ja. Leg mal auf, wir rufen gleich wieder an. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Hedi. Und Hedi ist 61 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Hedi. Ich grüße dich. Ja. Zunächst mal ein Kompliment für deine Sendung. Danke sehr. Ich gucke dich so oft und habe schon so oft versucht, zu unterschiedlichen Themen durchzukommen. Kompliment, wie du das machst. Und heute bist du durchgekommen. Na. Zu diesem spannenden Thema geheime Vergangenheit. Ja, ja. Ich bin ja mal gespannt, was du erzählst aus deiner Vergangenheit, was ganz geheim ist. Na ja, ich hoffe bloß, dass mir keiner zuhört hier. Nee, wir sind hier ganz unter uns. Ja, ja, ich weiß. Ohne paar Millionen hängen am Ohr. Also, meine Tochter ist nicht von meinem Mann. Gut, so weit, so gut, das wird sicher ganz auf viele Menschen zutreffen. Wie alt ist deine Tochter? Sie wird 41. 41? 41. Und sie weiß es bis heute nicht? Nein. Und ich werde den Teufel tun, das ihr erzählen. Wer ist denn der Vater von der Tochter? Der Freund meines Mannes. Der Freund deines Mannes. Weiß denn der Freund, dass er eine Tochter hat? Der weiß das. Ja. Weiß denn dein Mann auch? Nein. Dein Mann denkt, das ist seine Tochter. Ja. Das ist ja auch Wahnsinn. Na ja. Du, wenn du rumfragst in der Republik, passiert das unerblich oft. Ja, das passiert schon oft. Aber wenn man so Wissender eines solchen Geheimnisses ist, so wie du jetzt. Seidlich. Ja, das denke ich mir auch. Das ganze Leben musst du ja, hast du das so im Hinterkopf, musst du auch lügen letztendlich. Ja, den Mund halten. Den Mund halten. Den Mund halten, ja. Und wenn du Ähnlichkeiten siehst, Mund halten. Jetzt hat meine Tochter ein Kind. Und sie sucht nun nach Ähnlichkeiten. Sucht bei ihrem Vater. Das kannst du nicht finden. Ja. Also da ist keine Ähnlichkeit mit dem Opa. Da ist nichts da. Richtig. Der Freund von deinem Mann. Ja. Hat der sich denn um das Mädel gekümmert? Nein. Um Gottes Willen nicht. Hätte er sein können. Ich meine so freundschaftlich, dass es eine Beziehung zwischen den Familien gab. Nein, nein. Gar nichts. Also den gibt es gar nicht in eurem Leben mehr, diesen Freund. Nein. Niemals mehr. Und was so interessant ist, eine Entwicklung, die ich nicht für möglich gehalten habe. Dieser Mensch war ein Hypochonder. Mhm. Und meine Tochter ist das auch. Das ist auch verrückt. Das ist ja verrückt. Hat sie denn, ist ja eine sehr spannende Sache, muss ich sagen. Hat sie denn, nein, hat er, hat der Vater, der wirkliche Vater deiner Tochter, hat er das Mädel irgendwann überhaupt mal gesehen? Als Kleinkind. Mhm. Als Baby. Mhm. Aber danach nie mehr. Und wann ist der Kontakt eingeschlafen zwischen den beiden Männern, die Freundschaft? Ja, auch als bald. Auch dann in der Zeit? So drei Jahre, vier Jahre ungefähr. Weißt du, ob der Vater überhaupt noch lebt von deiner Tochter? Ja, ja. Der lebt noch. Ja, ja. Siehst du den zufällig irgendwo schon mal? Nein. Ihr wohnt weit auseinander? Nö, wir wohnen in der gleichen Stadt, aber weißt du, der Kontakt gibt es nicht immer in so einer Großstadt, ne? Ist klar, ja, ja. War er denn damit auch einverstanden, dass der Mantel des Schweigens da aufgelegt werden sollte? Ja, sicher. Er war verheiratet, hat drei Kinder damals gehabt. Der war natürlich dankbar. Dass du das auch so gehandelt hast. Ja. Bist du denn damals, dein Mann, wart ihr da schon verheiratet? Nein, wir waren noch nicht verheiratet. Das war also so eine Merk für die Geschichte. Wir waren zusammen in einer Gesellschaft und dann hatte ich mit meinem späteren Mann Krach und der hat mich dann geschlagen. Und dann bin ich gefallen und dann musste ich genäht werden am Kopf, weil ich da eine große Wunde hatte im Krankenhaus und sieben Stiche am Kopf. Und dann bin ich in meine Wohnung und dieser Freund hat mich dann begleitet. Und da brauchte ich halt den Tröster. Und Zuneigung. So ist es passiert. Und da ist es passiert. Aber du warst eben mit deinem Mann schon befreundet zusammen vorher. Ja, schon länger. War das dein einziger Fehltritt aus der Ehe? Also aus der Beziehung, Ehe war es ja damals noch nicht. Warum hast du es dann, das ist ja die ganz große Frage, warum hast du es geheim gehalten? Tja, mit einem verheirateten Mann damals, mit drei Kindern, ja und ich war ja liiert mit meinem späteren Ehemann und warum habe ich das, die haben ja nur Scham. Auch so Angst, dass die Verbindung auseinander bricht. Ja, alles so. Aber ihr habt dann auch noch zwei gemeinsame Kinder, du mit deinem Ehemann. Ja. Wieso hast du es dann doch nicht irgendwann zumindest deiner Tochter gesagt? Die, also, ja warum nicht? Das ist eine gute Frage. Meine Tochter ist eine etwas schwierige Person, die kompliziert ist. Und ihr einfache Dinge zu erklären, wie damals einfach passiert ist, kann ich nicht. Mütter und Töchter. Ja, aber vielleicht ging es ja doch. Also ich bin da immer so ein bisschen hinhergerissen. Ich denke, eigentlich muss ja ein Mensch, hat ja ein Recht darauf zu wissen, wo seine Wurzeln sind. Richtig. So sieht sie das auch. Und desto mehr Angst kriege ich. Als sie anfingen, ihre Wurzeln zu suchen, vor zehn Jahren. Warum sucht sie überhaupt? Wittert sie irgendwas, dass da was nicht stimmt? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Aber es könnte sein. Also seitdem werde ich immer ängstlicher. Denn wenn sie ganz normal davon ausginge, dass dein Mann ihr Vater ist, dann sucht man ja nicht nach dem Wurzeln. Das ist der Papa der Papa. Punkt. Ja. Oder gibt es irgendwas, wo sie misstrauisch wird? Ja, sie sucht Ähnlichkeiten, die sie nicht findet. Hat sie denn auch schon mal ganz direkt gefragt? Nein. Das noch nicht? Nein. Aber du bist für dich fest entschlossen, diese Linie weiterzufahren? Ich nehme das mit dem Merk ab. Du nimmst mit dem Merk ab. Ganz sicher. Mann, Mann, das ist aber eine Sache. Ich stelle es mir wirklich auch für dich sehr schwer vor. Mit dieser Lüge dem Mann gegenüber zu leben, alt zu werden und mit der Lüge der Tochter gegenüber. Mit der Tochter gegenüber, das ist viel schlimmer. Und diesem Enkelkind gegenüber ist sehr viel schwieriger. Ich gehe nochmal zurück, als die Tochter vor 41 Jahren geboren wurde. Das war dann euer erstes Kind. Unser erstes Kind, ja. Was für ein kurios, seltsames Gefühl. Du kommst dann aus dem Krankenhaus mit dem kleinen Wurm nach Hause. Er hat es auch auf dem Arm und liebkost ist vielleicht und freut sich und du weißt, es ist gar nicht deins. Ja, mit dem Liebkosen und dem Armnehmen war es vor der Zeit nicht so, wie ihr das jetzt kennt. Also das müsstet ihr Jungen euch etwas abschminken, ne? Entschuldigung, ich habe keine Kritik. Ne, ne, aber ich glaube, in meiner Familie war das aber schon so. Ja, gut. Ansonsten war es etwas kälter. Es war ein bisschen kälter. Aber er hat das Mädel durchaus gut behandelt. Ja, natürlich. Seine geliebte Tochter. Ist seine geliebte Tochter. Ja. Ja, ich will dir da jetzt auch nicht reinreden, das ist jetzt deine Lebensentscheidung gewesen. Und wahrscheinlich würde jetzt alles zu einer Katastrophe führen, wenn du es sagen würdest. Ja. Wenn sie zuhört heute Abend, haben wir die Katastrophe. Ja, ich finde es auch gewagt von dir anzurufen, muss ich sagen. Richtig. Wobei es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wenn es jemand erfährt, dass zumindest sie es erfährt. Naja. Für deinen Mann ist es vielleicht wirklich eine ganz große Sache. Was meinst du, wie er reagieren würde, wenn er es wüsste? Keine Ahnung. Wir vertragen uns heute ganz gut. Ich denke, vielleicht wird er darüber lachen, aber... Darf ich mal was Interpretierendes fragen? Kann das sein, dass du es so ein kleines bisschen auch darauf angelegt hast, dass es jetzt jemand erfährt und hört durch deinen Anruf hier bei mir in der Saison? Ich schalte ihn zu erreichen, ja, das stimmt. Da ist irgendwer dran, ja. Ne, irgendwie. Es kann ja schon sein, dass irgendwer deine Stimme erkennt aus dem Bekanntenkreis und es dann doch dahin sickert. Also wie auch immer, wenn es rauskommt, wünsche ich, dass es alles wirklich in Harmonie ausgeht. Drück mir die Daumen. Ich drücke die Daumen. Und wenn es in Verschwiegenheit bleiben soll, dann soll es eben auch so bleiben. Ich danke dir. Alles Liebe und alles Gute, Herr Hedi. Danke, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Und unser Thema heute Nacht heißt geheime Vergangenheit. Jetzt bin ich verbunden mit Andreas. Und Andreas ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Andreas. Ja, guten Morgen. Über was für ein Geheimnis reden wir bei dir aus der Vergangenheit? Ja, also erstmal möchte ich deine Sendung nicht einfach nur sagen, finde ich toll, sondern einfach, sie ist wichtig. Dankeschön. Vielen Dank. Wichtig für alle Menschen, die schmerzen, seelische. Und es wird gut, mit dir vielleicht hier zu sprechen, für mich auch. Ja. Magst du ein bisschen erzählen, warum du zu dem Thema angerufen hast? Also, ich bin Alkoholiker, trocken. Ja. Ich weiß, wie ich zum Alkohol gekommen bin. Das habe ich bis heute noch keinem erzählt. Wann war das? Wie alt warst du da? Müsste ich jetzt raten, 16 bis 18. Achso, also ganz junger Mann noch. Ja. Ich habe mich mit einem Falter rausgeschmissen und da bin ich so mit, wirklich nur mit 10 Marken ein paar Zerquetschen nach Amsterdam. Und da bin ich auf den Strich gegangen. Auf den Edelstrich. Das hat sich für mich, Gott sei Dank, damals Gott sei Dank so ergeben, weil da wirst du in Regierungskreisen in Amsterdam. Also, holländische Regierung. Ja. Das ist genauso wie bei uns ja auch. Da gibt es überall Schwule. Und ich bin selber auch schwul, deshalb kann ich das so sagen. Und dann wirst du weitergereicht. Das heißt, du wirst mit sechs Frühstück fängt das an. Ja. Und dann musst du dann, oder musste ich damals halt mit dem einen oder anderen auch zum Essen gehen und da wurde man es ganz anders gehandhabt, halt wie man es heute hier kennt. Das war damals schon viel weiter. Ja. Von der Toleranz her, ne? Ja. Okay, da ist er eben mit dem Jungen gekommen und das war okay. Und dann abends eben, ja, mit Wein. Wie bist du denn damals? Und dann wurde es ausgegangen und wieder noch, wieder was getrunken und den nächsten Morgen gleich wieder mit sechs Frühstück wach geworden. Ich fand das damals, auf Deutsch gesagt, geil. Ach du, ach so, das war gar nicht für dich, dass du das Widerwillen gemacht hast, sondern du fandst das irgendwie toll, in diese Welt hineingekommen zu sein. Also, ich fand es schon irgendwo, ja, exakt. Ich meine, du musstest ja dann mit Männern Sex haben, die dich wahrscheinlich erotisch überhaupt nicht interessierten. Nee, aber Domian, das versuche ich ja gerade ein bisschen zu erklären, was das ja auch mein Alkoholismus ist. Ich stand ja ständig unter Strom. Ja. Und von daher war mir das irgendwie, ja, shit the goal. Ja, ja. Wie viele Jahre hast du das gemacht? Zwei Jahre. Zwei Jahre. In Amsterdam und dann über Umwege, über Hannover und so, dann habe ich das nochmal ein Jahr in Hamburg. Das war aber nicht so kriegelnd. Und bist dann aber ganz, nach diesen zwei Jahren, ganz aus dieser Szenerie rausgegangen, rausgekommen? Was Amsterdam angeht, ja. Und da bin ich dann eigentlich abgestürzt. Nee, nee, meine Frage war, ob du noch zwei Jahre aufgehört hast, als Fricher zu arbeiten. Nein, ich habe dann nachher später nochmal ein Jahr in Hamburg. Ja, also insgesamt ungefähr drei Jahre hast du das gemacht. Richtig. Würdest du sagen, du hast am Anfang gesagt, ich erzähle jetzt etwas, was ich noch nie erzählt habe, nämlich, warum ich zum Alkoholiker geworden bin. Ist das der Grund, weswegen du zum Alkoholiker geworden bist, dass du als Stricher gearbeitet hast? Ähm, es gibt keinen Grund, Alkoholiker zu werden. Das habe ich mittlerweile gelernt. Auch wenn ich heute 46 bin. Es gibt keinen Grund, Alkoholiker zu werden. Nur, ich sage so, ähm, ich habe für mich, ich für mich herausgefunden, wie ich zum Alkoholiker geworden bin. Und das liegt ganz tief eben in meiner Vergangenheit. Ich habe ja seitdem eigentlich nur noch, ja, getrunken und später nur noch gesoffen. Und du meinst, dass diese Sache, dass du nämlich als Stricher gearbeitet hast, dass das der Grund war, dass du dich dahin entwickelt hast zum Alkoholiker? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, wenn ich die zwei Jahre in Amsterdam und dann... Also, aber das sagt ja, Andreas, dass es dir und auch deiner Seele und deinen Gefühlen extrem geschadet hat und du die Flucht gesucht hast im Alkohol, die Betäubung gesucht hast im Alkohol. Betäubung, ja. Betäubung, ja. Ich sage mal, da war ja so... Ich weiß nicht, wie weit offen ich da jetzt so über Sender reden darf. Ja, keine Namen, bitte, ne? Nein, natürlich nicht, um Himmels Willen. Zu dem einen oder anderen habe ich ja heute auch noch Kontakt. Allerdings nicht mehr körperlich und auch nicht sexuell, sondern die suchen sich bei mir wiederum Rat. Sag mir doch mal ganz einfach, damit ich deine Geschichte noch besser verstehe. Wie viele Jahre du dann wirklich Alkoholiker, vielleicht sogar Schwerstalkoholiker warst? Wie viele Jahre? Die Frage habe ich jetzt nicht genau verstanden. Also, wie viele Jahre du danach dann wirklich gesoffen hast? Gut. Ich trinke seit, ja, seitdem. Du kannst sagen, ja, seit 30 Jahren. Bist jetzt aber trocken, hast du gesagt, ne? Ja. Wann, sagen wir es anders, du bist jetzt 46. Wann hast du aufgehört zu trinken? Dann müsste ich dann, wenn ich das darf, zwei Zeilen zurück. Von den 30 Jahren habe ich zwei Jahre, das heißt also von August 2000, danach zwei Jahre so exzessiv gesoffen, dass ich, ich habe 15 qualifizierte Entgiftungen. Mein höchster Promillersatz, der war am 15.03.2001, 5,3 Promille. Ich bin danach ins Koma, ich habe meinen ersten Krampfanfall gehabt, ich bin mit Schmerzen aufgewacht und es ist ein Scheißspiel. Und danach habe ich nochmal drei Krampfanfälle, zwei schwere Delire. Das heißt also von den, ja, die letzten zwei Jahre, wenn du so willst. Das abzüge ich jetzt in einem Jahr, wo ich trocken bin, davor. Also, es ist ein Scheißspiel. Also eine irre Alkoholkarriere hast du gemacht. Über Jahrzehnte, kann man sagen. Ich habe es nur nicht wahrhaben wollen. Und das ist das eben. Ich habe kapiert und gelernt, wie ich zum Alkohol gekommen bin. Und das ist eben die Zeit Amsterdam. Ich verurteile keinen. Nein. Kann ich doch gar nicht. So. Aber es wird hier immer mehr und mehr und mehr. Irgendwann hatte ich 30 Jahre, ich sag mal, so ein bisschen so die Waage. So, naja, mal mehr, mal weniger. Und die letzten zwei Jahre von meiner Alkoholkarriere habe ich am Tag, wirklich, fast zwei Jahre pro Tag, drei bis vier Flaschen Korn getrunken. Unglaublich. Unglaublich, dass ein Mensch das aushält. Unglaublich. Ja, nein, das ist ganz einfach dumm, Jan. Das ist ganz einfach zu erklären. Heute trinkst du eine Flasche. Morgen sind es eineinhalb. Ja, die Steigung ist mir schon klar. Aber ich wundere mich, dass hinterher der Körper das überhaupt aushält. Und ich habe nur noch eine Niere. Das auch noch. Jetzt bist du ein gutes Jahr, kann man sagen. Anderthalb Jahre trocken. Ja. Was man nicht machen darf, habe ich auch gelernt, mit den beiden Fäusten in der Tasche zu sagen, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Nein, ich sage ganz einfach, ich möchte nicht. Geht es dir denn jetzt im Moment, heute, aktuell einigermaßen gut? Nein, mir geht es beschissen. Mir geht es beschissen. Mir fiel mein Freund, wir waren fast 20 Jahre zusammen, ich bin noch alleine in der Wohnung, er ist ausgezogen. Ja. Hast du eine Arbeit? Nein, ich war selbstständig gewesen mit einer GmbH und mit einer GmbH und Co. KG, die habe ich kaputt gesoffen. Alles mal so eben nebenbei. Hört sich lächerlich an, aber ich weiß nicht, wie das einer sagen soll. Also nebenbei mal eben so, puh, zwei Firmen kaputt gesoffen, meine Freundschaft kaputt gesoffen, ich habe 260.000 Euro Schulden und bin total Hilfeempfänger geworden. Andererseits. Ja, ich sage mir, irgendwie, pass auf, das muss irgendwo einen Grund haben. Nichts passiert ohne irgendeinen Grund. Das hört sich doof an, aber damit... Das hört sich gar nicht doof an, das ist sogar sehr richtig. Ich würde dich gerne fragen wollen, du hast gesagt, dass du eine langjährige Freundschaft hinter dir hast. 20 Jahre. Ja, hast du das deinem Freund auch nie erzählt, diese Amsterdamer Zeit? Nein. Weißt du, es klingt alles sehr schlimm und sehr traurig, was du erzählst, dass du deinen Freund verloren hast, dass die Firma kaputt ist, die Schulden und so weiter. Weil es noch schlimmer ist. Nee, lass mich sagen, ich will mir was Positives sagen. Das Positive ist aber, dass wir beide uns jetzt unterhalten, dass du nicht tot bist. Du hättest dich fast tot gesoffen. Ja. Und dass du seit anderthalb Jahren dich jetzt im Griff hast. Und du bist, ich sage jetzt mal, erst 46 Jahre alt. Damit meine ich... Kaputt. Ja, aber meinst du nicht, dass noch... Das ist ja Poloneuropathie. Fast du weißt, was das ist. Nee, weiß ich nicht, sag mal. Poloneuropathie ist, das ist eine Störung vom zentralen Nervensystem. Das hatte ich fast ganz körperlich, das hat sich bis auf die Füte zurückgebildet. Das heißt also, das ist so ein Wechselspiel im Moment noch. Entweder du kannst mir die Füße abhacken, das merke ich gar nicht. Ja, ja, ja. Oder ich habe wahnsinnige Schmerzen. Hast du eine Hoffnung? Das ist Poloneuropathie. Ja. Hast du eine Hoffnung? Nein. Andreas, keine mehr? Du, ich lese im Moment sehr viel. Ich bin sehr zurückgezogen. Und mein Freund, der hat als, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, der hat eine große Familie, ich auch. Beide wollen von mir nichts mehr wissen. Der hat die Türen quasi alle zugeschlagen. Er hat sie zugeschlagen. Also zu allem kommt jetzt auch nur die Einsamkeit hinzu. Ja. Ja. Ich habe heute Abend noch kurz mit ihm telefoniert nach, weiß ich nicht, vorletzten Jahres das erste Mal. Und deshalb habe ich gedacht, nee, 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 ich kann nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ruf du mir an, vielleicht kommst du durch. Und das kann ich angehen. 20 Jahre, einfach so, so weg. Aber ich habe, weißt du, wem soll ich denn das alles erzählen? Aber du musst reden. Ja, ich bin bei den Gut Templern. Ja. Also ich habe schon Selbsthilfegruppen, gehe ich auch hin. Ja. Und ich komme mir mal nicht mehr klar damit. Andreas, weißt du, was ich jetzt gerade, ich empfinde gerade so ein bisschen eine Bedrückung. Du hast mir so viel erzählt und auch so viel anvertraut. Du hast sogar jetzt zum ersten Mal in deinem Leben das von Amsterdam erzählt, was ja auch eine große Überwindung ist. Ich werde dir jetzt hier in dieser Sendesituation nicht gerecht. Das schaffen wir nicht in den Minuten, die jetzt... Ich möchte aber eins bitte noch, wenn ich darf sagen. Ja. Ich hatte meinen letzten Rückfall am 28. August letzten Jahres. Den habe ich ganz bewusst herbeigeführt. Also insofern nicht als Rückfall. Rückfall ist ja immer, wenn man Suchtdruck hat. Oder so. Nein, ich hatte keinen Suchtdruck, gar nichts. Ich wollte einfach nicht mehr. Und das... Ich versuche das so unkompliziert wie möglich zu erklären. Kennst du Hermann Hesse? Ja, klar. So, Hermann Hesse hat mal gesagt, der wollte mich umbringen. Selber Alkoholiker. Er hat gesagt, ich bringe mich um. Aber ich muss noch zwei Bücher schreiben. Da war er 47. Da unter anderem der Steppenwolf, der war noch offen, noch nicht fertig. Und ich glaube, Domian. Demian. Demian ist das, ja. Entschuldigung. So, und die muss ich noch fertig schreiben. Aber, und das ist der entscheidende Satz. Ich nehme mir das Recht raus, mich mit 50 umzubringen. Und als ich den Rückfall hatte im August letzten Jahres, da muss mir das, ich bin mit 3,2 Promille eingeliefert worden, durch den Kopf gespuckt sein, bis gesagt habe zu mir selber, ey du Arsch, was machst du denn da? 46 bis 30. Du kannst dich morgen auch noch umbringen. Hermann Hesse hat es auch noch gemacht. Er ist immerhin über 80 geworden. Ja, ich weiß, ja. So, Andrea, weißt du, was wir beide jetzt machen? Aber weißt du, nein, nur dieser Gedankengang. Morgen kannst du dich auch noch. Der ist für dich tröstlich. Damit lässt es sich gut leben. So. Hat mir auch meine Therapeutin gedacht. Und jetzt beenden wir das Gespräch auf dem Sender. Und wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Danke. Andreas, alles Gute von Herzen von mir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Danke. Ja. Jetzt bin ich verbunden mit Katrin und die ist 34. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo. Hallo Katrin. Schön, dass du da bist. Unser Thema heißt geheime Vergangenheit. Jawohl. Was möchtest du erzählen? Und zwar geht es bei mir darum, ich habe jetzt schon ein paar Mal versucht, bei euch anzurufen. Und ich bin als Kind sexuell missbraucht worden. In welchem Alter? Das erste Mal, als ich ungefähr acht Jahre alt war. Ja. Bis wann ging das? Zu welchem Alter? Knapp 16. So lange? Acht Jahre? Ja. Von wem? Von meinem eigenen Großvater. Also bei Opa. Wie oft hat der Opa das gemacht? Eigentlich zu jeder Gelegenheit, die er hatte. Das heißt also, diese acht Jahre, in denen das passiert ist, du könntest gar keine Zahlen nennen, wie oft das geschehen ist? Nee, nee. Kann ich wirklich nicht. Weil das ist so oft passiert. Hat er dieses kleine Mädchen von acht Jahren vergewaltigt? Vergewaltigt nicht, aber das waren die ersten Ansätze. Er hat mich also unterhalb der Gürtellinie berührt. Musstest du ihn auch berühren? Ja. Und zwar ist es so weit gegangen, dass ich sein bestes Stück im Alter von acht Jahren küssen musste, was mich angeekelt hatte. Allein schon der Geruch. Und es war einfach eklig. Haben deine Eltern das in irgendeiner Weise mitbekommen? Nein, nein. Ich konnte auch mit solchen Problemen nie zu meiner Mutter gehen. Denn es waren ja auch vier andere Geschwister da, die auch Probleme hatten. Hat denn der Opa auch gedroht, wenn du da was sagst? Ja, der hat immer gesagt, wenn du irgendwas der Mama sagst oder der Mutti, dann streite ich alles ab. Die glaubt ja sowieso nicht. Und das war alles irgendwie verzwickt. Das heißt, während dieser schlimmen acht Jahre hast du niemandem etwas davon erzählt? Nee. Keine Freundin, keinem Lehrer, gar nichts? Niemanden. Gar nichts. Hat der Opa bei euch mit im Haus gewohnt? Nein, nein, nein. Aber in der Nähe? In der Nähe, nein. So in der Nähe, dass es viel Kontakt gab miteinander? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist eben so gewesen, wenn ich die Wochenenden bei meinen Großeltern geschlafen habe, dann hat er mich eben gesagt, komm, wir gehen in die Garage, Auto aufräumen. Meine Oma wusste ja nichts und die hat dann immer gesagt, na, hilf doch dem Opa, du bist doch immer so hilfsbereit. Und du wusstest dann schon, worauf es hinausgeht? Ja, ich wusste ganz genau, was er wollte und es kam immer aufs Gleiche raus. Hat er dich dann, mit 16 ist ja ein Mädel in der Regel schon sehr ausgewachsen. Aber er hat dann mir immer gedroht, wenn du irgendwem was sagst oder was, deine Mutti glaubt ja nicht. Worauf ich hinaus wollte, als du dann schon älter wurdest, hat er dich dann zum richtigen Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja. Das heißt also... Das erste Mal richtiger Geschlechtsverkehr, da war ich ungefähr 13,5. Unglaublich, mit dem eigenen Opa. Ich muss aber dazu sagen, das ist, wie soll ich sagen, nicht mein biologischer Opa jetzt. Er ist nicht der richtige Vater meiner Mutter. Ja. Und ich weiß nicht, ob er sich da gedacht hat, wenn sie halt schwanger wird, ich denke jetzt mal weiter. Ne, da wollte ich jetzt gerade auch hinaus. Das heißt, der hat auch nicht verhütet. Ne. Der hat keine Gummis genommen. Ne, niemals. Der hat mit 13, du warst 13, hat er angefangen, richtig mit dir zu schlafen, bis du 16 warst. Na. Und du bist Gott sei Dank nie schwanger geworden. Gott sei Dank, ja. Wusstest du damals schon, warst du aufgeklärt, wie das so ist mit Schwanger, dass man schwanger war? Ja, auf jeden Fall. Hast du nicht tierische Angst, dass du von dem schwanger wirst? Ich hatte tierische Angst, freilich. Und meinen ersten Freund hatte ich, da hatte ich mit meinem Opa noch dieses Verhältnis oder er mit mir, würde ich jetzt mal sagen. Und als ich meine Tochter begam, weil mein erster Freund, da war im Prinzip der gleiche Schlag wie mein Opa, dominierend und alles. Und bums, wie wird es der Fall, mit 7,5 begam ich meine Tochter noch. Aber dann von diesem Freund? Ja, ja, auf jeden Fall. Katrin, was für eine Hölle. Ich stelle mir das gerade vor, dass du mit diesem Opa, mit diesem viel älteren Mann dann immer schlafen musstest, dass du da liegst. Das war schrecklich. Der über dich ging. Wie unglaublich schlimm. Wie unglaublich schlimm. Das war für mich jedes Mal die Hölle. Hast du dich nicht damals schon gehasst? Ich hasse ihn auch heute noch. Ja, aber du hast ihn damals sicher auch gehasst. Auf jeden Fall. Ich kann ihm das niemals in meinem Leben verzeihen. Nun heißt ja diese Sendung Geheime Vergangenheit. Heißt das, dass das immer noch niemand weiß? Es weiß eine, und das war meine Schwester. Und zwar ist das dadurch gekommen, als wir voriges Jahr Silvester zusammen gefeiert haben, hat meine Schwester ein bisschen Kleiner von Durst getrunken. Und da ist das aus ihr rausgebrochen. Das heißt, der hat das mit ihr auch gemacht? Mit ihr auch passiert. Ist die älter oder jünger als du? Meine Schwester ist zwei Jahre jünger als ich. Und das hat der auch über so einen langen Zeitraum auch gemacht? Wie lang, das hat sie mir nicht erzählt. Aber dass es passiert ist, das hat sie mir erzählt. Wenn ich mich recht erinnere, hast du gerade gesagt, es waren vier Kinder in der Familie. Wir waren insgesamt fünf, also mit mir fünf. Insgesamt fünf. Wie war die Aufteilung Mädels-Jungs? Drei Mädchen und zwei Jungs. Und du weißt nicht, ob mit den anderen Kindern auch oder mit dem anderen Mädchen auch noch was passiert ist? Ob mit dem dritten Mädchen weiß ich nichts. Jetzt hast du mit deiner Schwester quasi so im betrunkenen Zustand, habt ihr euch gegenseitig das erzählt? Also ich war nicht betrunken, auch meine Schwester. Die hat mir das dann mehr oder weniger, als sie einen über den Durst getrunken hat. Hast du es erzählt? Dann kam das auf einmal raus und da war ich, das war wie ein Faustschlag ins Gesicht. Weil ich immer dachte, ich war der Einzige. Aber war es nicht irgendwie auch eine Erleichterung? Da habe ich eine Leidensgenossin, mit der kann ich jetzt drüber reden. Es war eine Erleichterung und das war für mich irgendwie ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt musst du es auch deinem Mann erzählen. Ich habe zwar meinem Mann erzählt, dass ich missbraucht wurde, auch nicht von wem. Hat er nicht weiter gebohrt? Er hat gebohrt, aber ich kann es ihm nicht sagen, weil dann würde er sagen, den Kontakt total abbrechen. Aber meine Oma, die habe ich so lieb. Ich kann das nicht abbrechen. Du hast aber deiner Schwester dann auch erzählt, dass es mit dir genauso geworden ist. Ja, ja, ja. Habt ihr denn auch nochmal im ganz wachen Zustand, also als sie nicht mehr betrunken war? Doch, 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 haben wir auch gesprochen. Aber das tut dann doch auch ganz gut, stelle ich mir vor. Auf jeden Fall, aber so wie wir ihn jetzt auf der einen Seite hassen, denken wir immer noch, wie viele Jahre leben sie noch? Wie alt ist er? 74. 74. Und die Oma habt ihr sehr gerne? Nein, nein. Ja. Und die weiß eben auch von einem nichts. Und wenn das jetzt rauskommt irgendwie, das bricht ihr aus Herz und das wollen wir beide nicht. Ja, verstehe. Sind sie auch, sind sie noch gesund, auch schon gesundheitlich? Sind beide noch der Pfett. Ich meine, sie können noch fünf Jahre leben, sie können aber auch noch 20 Jahre leben. Aber ich möchte es echt mal noch immer nicht zumuten. Das verstehe ich und das ist auch sehr ehrenwert, dass du so denkst. Aber ich stelle mir aber auch nach wie vor sehr belastend vor, wenn du, wenn deine Schwester dann zu den alten Leuten nach Hause geht. Dann hast du immer diesen Kerl vor Augen, der das mit dir gemacht hat. Ist das nicht höllisch? Ich meine, im Laufe der vielen Jahre, da hat man vielleicht gelernt, damit zu leben. Aber es ist eine seelische Belastung halt. Kannst du freundlich zu dem sein? Kannst du dem normal die Hand geben, lachen oder so? Ich gebe ihm die Hand. Aber auch wenn die Oma sagt jetzt, na gib doch mal den Opa ein Gisschen, das kann ich nicht mehr. Meinst du? Ja, der Punkt, diese Hemmschwelle ist bei mir, geht nicht mehr. Wie kam das denn dann, dass er mit, als du 16 warst, dass er dann aufgehört hat, dich zu schänden? Ja, ich bin mit 16 ins Internat. Ach so, ach so. Ich bin dann ins Internat gekommen, habe dort meine, wie es zu DDR-Zeiten war, meine 2 Jahre Lehre gemacht. Aus dem Internat raus habe ich dann meine Fortbildungen gemacht, was noch so eine Möglichkeit meines Berufs war. Und habe dort danach eigentlich, ich sage mal, in dem Alter von 16 bis 20 Jahre kaum Kontakt zu ihm gehabt. Weißt du, Katrin, ich habe so einen Wunsch, dass solche Schweine und seien sie noch so alt hinter Gitter kommen. Und wenn sie noch so alt sind. Sicherlich. Keine Gnade, keine Gnade. Aber, ich verstehe dein Argument so gut, dass du sagst, ich will der Oma das nicht antun. Es sind alte Leute und das bricht der Oma das Herz. Und die ganze Familie ist kaputt danach. Insofern stehst du wirklich in einem Dilemma. Die Hände sind dir gebunden eigentlich. Auf jeden Fall. Aber ich habe es gelernt, zu leben damit. Es ist für mich schwer, auf jeden Fall. Und vor allem habe ich heute endlich mal das Glück, mit jemandem zu sprechen, der mehr oder weniger mit diesem Problem schon viel konfrontiert wurde. Und das hat mir schon unwahrscheinlich geholfen. Zumal ich es schon so erst versucht habe. Hier durchzukommen. Ja, auf jeden Fall. Also meine Telefonrechnung war manchmal. Aber ist ja egal. Aber es hat sich gelohnt. Ich könnte mir wirklich mal alles vom Herzen reden. Ohne dass, wie zum Beispiel meine Schwester oder irgendjemand anderes mit einer neutralen Person eben mich mal darüber unterhalten könnte. Und ich mache dir den Vorschlag, dass du noch länger darüber sprechen kannst. Nämlich mit meiner Psychologin. Ist das okay? Das wäre nicht schlecht, weil ich wache und nehme mich manchmal nachts auf, schweißgebadet und dann sehe ich nur diesen, naja, Sie wissen schon. Katrin, das ist genau der Punkt. Du bist ja erst 34 Jahre alt. Das heißt, so sehr lange ist das ja alles noch gar nicht her. Es ist schon lange her. Aber wenn man als Kind zwischen 8 und 16 so kaputt gemacht worden ist, hält das natürlich ganz lange an. Das hält das ganze Leben an. Vielleicht kannst du mit der Anna, das ist meine Psychologin, noch ein bisschen erörtern, wie du dir noch Gutes tun könntest und wie du dir helfen kannst. Das heißt, du legst auf, dann kennst du die Prozedur ja auch, ich sage es ja jedes Mal. Und die Anna wird dich anrufen, sobald sie frei ist. Das wird heute Nacht aber noch sein. Ja, fällt jetzt so richtig schön vom Herzen. Und ich bedanke mich wirklich, dass ich mal wirklich frei darüber reden könnte. Das hat mir schon sehr, sehr viel geholfen. Das freut mich sehr, wenn du das so sagst und ich hoffe, dass wir dir noch ein bisschen helfen können gleich. Das wäre nicht schlecht. Alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Viel Spaß noch. Ja, tschüss. Tschüssi. Bernd, 52, guten Morgen. Guten Morgen. Du bist aber 52. Ich bin 52, ja. Egal, ein Fall, der wäre 32. Nein, 52, leider. Also, naja, was heißt leider? Das ist doch ein gutes Alter, so richtig voll im Leben. Ja, gut, okay. Also Bernd, zum Thema. Ja. Geheime Vergangenheit. Geheime Vergangenheit. Ja. Ich habe, ich bin bisexuell und ich habe das gemerkt, so im Alter von rund 20, habe das eigentlich immer verdrängt, hatte dann mal die ein oder andere Affäre. Ähm, in der ersten Ehe habe ich da also gar nichts drüber verlauten lassen. Ähm, ich bin jetzt in der zweiten Ehe seit zehn Jahren verheiratet. Und, ähm, meine Frau wusste also auch noch nichts davon, bis auf, wo ist ja, Ende September, da waren wir in Urlaub. Mhm. Und, ähm, ich hatte da, naja, seit einigen Monaten schon eine Affäre mit einem sehr, sehr netten Mann. Achso, es lief also immer parallel auch was? Ja, 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 ja. Es lief also immer parallel was, aber man, war das also sehr, sehr schwer also geheim zu halten. Waren das, waren das, äh, war das wirklich so eine Liebesaffäre oder nur eine Sexaffäre? Ähm, ja, es war erst immer eine Sexaffäre, aber dann wurde es also ganz schnell also auch eine Liebesaffäre. Ähm, wobei ich Liebesaffäre, ähm, so ein bisschen, ähm, naja, also es war doch mehr Sex, aber Liebe war also mit Sicherheit auch dabei. Ja. Ähm, 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 aber der, das, das wurde also, war also immer mehr zu einer Liebesaffäre nachher und irgendwann, ähm, wie gesagt, Ende September war das im Urlaub, da habe ich also meiner Frau gesagt, also du pass mal auf, ich habe da also auch noch eine Affäre mit einem Mann. Und, äh, die ist also aus allen Wolken gefallen. Und, ähm, ähm, war also erst mal schockiert ohne Ende. Also erst mal, dass es eine Affäre ist und dann, dass es auch noch mit einem Mann ist. Ja, richtig, ganz genau. Ja. Ganz genau. Und, ähm, ähm, äh, dann, äh, haben wir also ganz, ganz viel darüber gesprochen. Und das, äh, hat mir auch ganz, ganz viel geholfen, oder uns ganz, ganz viel geholfen. Ähm, ähm, haben wir ganz viel, äh, darüber diskutiert, warum, wieso, weshalb. Ähm, äh, wir sind dann nachher drauf gekommen, dass wir gesagt haben, okay, ähm, man sollte dann vielleicht mal so ein Dreiertreffen machen, so, um sich überhaupt mal kennenzulernen, ähm, äh, das haben wir dann auch getan. Ähm, ähm, wie mutig. Äh, ja, war, ja, war mutig. Und, ähm, naja, letztendlich, ähm, sind wir ganz mutig gewesen, äh, weil wir drei uns also sehr sympathisch gewesen sind. Ähm, es ist mittlerweile also eine sehr, sehr, äh, nette Freundschaft und auch darüber hinaus was geworden, zu dritt. Ach. Ja. Na, das ist ja ganz schräg. Wie alt ist dein Freund? Oder euer Freund? Äh, der wird jetzt 50. Der wird 50, also so in deinem Alter ungefähr. Ja, richtig. Er ist aber nicht, äh, liiert irgendwie. Er ist nicht verheiratet. Äh, doch, doch, auch. Auch? Ja, 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 das ist also... Weiß denn die Frau Bescheid? Nein, 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 nein. Die weiß nicht Bescheid? Nein, nein, ich weiß nicht Bescheid. Aber ihr drei habt jetzt quasi ein Verhältnis miteinander. Äh, richtig. Also dein Freund, deine Frau und du. Mhm, ganz genau. Ach. Und das lief lange so geheim, das, insofern passt das ja auch zu unserer, unserer Sendung. Jetzt ist es kein Geheimnis mehr. Nee. Und ja, ihr habt euch mit eurem, mit dem Geheimnis arrangiert jetzt. Richtig, ganz genau. Oder war das, das, äh, weil das also, äh, wir waren uns alle drei so sympathisch und wie das jetzt, äh, also weiterläuft, äh, das, das weiß ich noch nicht. Das, äh, muss die Zukunft zeigen. Keine Ahnung. Das war, das Ganze fing ja dann erst letztes Jahr an, ne? Ja, richtig. Ja. Richtig, ganz genau. Wie sieht denn so der, der Alltag, na, Alltag ist das nicht, aber wie sieht das so im praktischen Leben aus? Wie oft, äh, trefft ihr euch? Ähm, ja, das ist also ganz unterschiedlich. Also, das ist dann, wenn, äh, also eben halt Zeit, äh, dafür da ist, äh, und, äh, das ist einmal in der Woche vielleicht, oder vielleicht auch nur einmal im Monat, es kommt also ganz darauf an. Das ist also ganz, ganz unterschiedlich. War das für dich denn, dann, das ist für dich auch nicht sehr merkwürdig, äh, jetzt in Bezug auf Sexualität, gleichzeitig dann im Bett zu liegen mit deiner Frau und mit deinem, mit deinem Freund? Ähm... Kommt man da nicht so ein bisschen in Identitätsschwierigkeiten auch, oder in... Nee, eigentlich nicht, weil immer der Wunsch bei mir immer schon da war, äh, das mal zu tun, äh, aber es war also nie der richtige Partner da, wo, äh, und, äh, jetzt, jetzt war der richtige Partner da, und, äh, da hab ich das, also, war ich, ich war der Initiator von dem Ganzen. Ich mein, du wirst, du wirst ja auch nur optimal verwöhnt, ne, du hast ja alles, was du haben möchtest, ne? Ja, aber erstaunlich finde ich ja auch, ich finde sehr erstaunlich, dass deine Frau sich darauf eingelassen hat. Ja, ähm, eben weil, ähm, mein, mein Freund, äh, auch ein, ähm, ja, ein ganz, 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 ganz netter Mensch ist. Ja gut, aber überhaupt, dass... Der wirklich auch auf, äh, auf andere Leute zugehen kann, und, äh... Gut, als sie ihn kennengelernt hat, aber sie hätte ja schon von Anfang an ablocken können und hätte sagen können, hier, pass auf, äh, das war es mir das Bein. Ja. Habt ihr, habt ihr Kinder eigentlich auch? Äh, ja, ja. Ja, 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 äh, die, die kriegen das aber nicht mit, die haben so nicht mit. Nein, 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 der, äh, der, äh, der, 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 der Mann ist also 19 und, äh, der kriegt das also nicht mit. Nee, nee, wir müssen das irgendwie schon so arrangieren, dass das also keiner mitkriegt. Da bleibt dann doch noch eine ganze Menge Geheimnis. Ja, das ist allerdings richtig, weil ich glaube nicht, dass das also dann, äh, für, naja, das muss also nicht unbedingt die Kinder, äh, dann auch noch mitkriegen. Also, interessante Geschichte, schön, dass, 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 dass du sie noch hast erzählen können, die Sendung ist vorbei. Ich wünsche euch allen alles Gute, Bernd. Ja, ich danke dir. Tschüss. Okay, ciao, ciao. In der Technik, Gudrunhausen, das war unsere Sendung für heute. Morgen sind wir auf der DA, 1 Uhr Radio, 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen mit einer freien Themennacht. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss. Guys. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. 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 Cheers.